Hallo meine Lieben, wenn du an Fußbeschwerden leidest, die diabetischen, stark formveränderten, sehr empfindlichen Füßen, dann könnte das dein Schuh sein, denn dann braucht man Schuhe mit viel Volumen und sicherem Stand. Und Carsten von Natural Feed in XL aus echtem Leder nimmt dir Druck am Fuß und entlastet. Die nahtfreie Verarbeitung im Inneren sorgt dafür ein tolles Tragegefühl und das ganz ohne Druck, auch der Einstieg lässt sich weit öffnen. Es ist eine große Hilfe und Erleichterung und durch das spezielle, abwaschbare, weich gepolsterte Diabek-Innenfutter, das geht über den ganzen Innenschuh, züchtet man auch keine Bakterienstämme, das Futter kannst du reinigen und so ist dein diabetischer und stark formveränderter Fuß optimal geschont. Druck und Schreien werden dadurch vermieden. Viel mehr Volumen für deinen verletzten Fuß schafft dir auch unsere Latzhalter-Innensohle und natürlich das herausnehmbare Fußbett kannst du easy gegen deine orthopädische Einlage tauschen. Nicht zu vergessen, auch die verschweifte Sohle, die lässt sich ja vom Orthopädischuhmacher nach individuellen Wünschen oder Bedürfnissen bearbeiten. Den Therapieschuh kannst du in halben Nummern bestellen, in der Farbe schwarz und in braun. Also gut gepolstert und entlastet wird dir das Gen schnell wieder leichter fallen und deine Muskulatur wird trainiert. Alles Liebe, eure Vicky.